Hallo, ich grüße euch. Ich bin hier wieder auf der Suche nach Eason Carter im gleichnamigen Spiel und stöbere durch die verlassenen Ortschaften oder die verlassenen Ortschaft, die ich jetzt gerade im letzten Part gefunden hatte. Da sind wir dann schon mal durch die ersten zwei Gebäude gewandert, haben mal wieder diese wahnsinnige Aussicht hier genossen. Traumhaft, also optisch absoluter Leckerbissen. Sehr schön auch, hier passiert eigentlich gar nicht so viel bisher im Spiel. Wir laufen hier rum, begegnen keiner Seele, keiner Menschenseele, auch keiner tierischen Seele und schauen uns alles an, spielen ein bisschen Detektiv und versuchen herauszufinden, was genau denn hier verdammt noch mal passiert ist. Ja, und wir suchen eben Eason Carter, einen kleinen Jungen, der uns wohl irgendwie mal einen Brief geschrieben hat, der uns so neugierig machte. Aha, hier setzt Musik ein, hat das einen Grund? Man muss hier so ein bisschen die Gegend durchforschen, jedenfalls in jeden noch so kleinen Winkel mal reinschauen, weil überall könnte etwas sein, das einem weiterhilft. Bei dem kleinen Puzzle die Frage, oh, das sieht, ich finde den Sonnenuntergang so geil. Gehen wir jetzt oben lang oder unten lang? Wahrscheinlich scheißegal, ne? Gehen wir jetzt einfach hier oben lang. Ich bin ja hier auf dem Weg nach oben mit Darkwire, ja. Ich hoffe, der eine oder andere, oder die eine oder andere, schaut hier und zu mal vorbei, würde mich wirklich freuen. Viel passiert ja jetzt noch nicht auf Darkwire, aber mir macht das Spaß hier mit den Let's Plays, auch wenn ich jetzt nicht so der Pro-Gamer bin und ich eben solche Games hier schon bevorzuge, in denen ich so ein bisschen geschillt agieren kann. Und halt mehr so der Gaffer, der sich alles gerne genauer anguckt. Und das können wir denn hier auch. Nein, jetzt geht es nicht weiter, okay. Dann geht es noch höher. Wir gehen aber trotzdem dem Weg folgen. Von daher würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal reinschaut. Vielleicht habt ihr ja Lust, mich hier auf meiner kleinen Wanderung zu begleiten. Was ist das? Die Menschen besuchen mich aus vielen Gründen, hauptsächlich aber möchten sie mir Fragen stellen. Fragen über die Zukunft. Aber ich kann die Zukunft sehen, darum interessiert mich nur die Vergangenheit. Wenn du mein Haus finden willst, musst du meine Fragen über dich beantworten. Bringt uns der Tod Frieden oder Leid? Würdest du die Anonymität einem schlechten Ruf vorziehen? Ich kann gar nichts antworten. Fühlst du dich als Sieger, wenn deine Worte Schmerzen verursachen? Ich kann hier ein bisschen laufen, aber dann bin ich wieder hier. Nimmst du etwas, von dem du weißt, dass du es nicht zurückgeben wirst? Wird Verrat durch Ungleichheit oder Ungerechtigkeit verursacht? Entspringt die Sünde dem Herzen oder dem Verstand? Also ich konnte keine Antworten geben. Konnte auch nicht viel machen, außer vorwärts seitlich ein bisschen gehen. Ich muss mal eben hier kurz gucken, das sieht ja geil aus. Cool, ja. Da wohnt hier eine Hexe oder so im Wald, wa? Eine olle Hexe. Lesen. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit und die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, dass sie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Doch als die Freude in Angst. Was hat die Hexe denn dann erzählt? Zoomen. Umdrehen. Hinten drauf. Was ist da? Gekritzelt. Durchgekreuzt. Okay. Ethan, der Sinn des Lebens besteht nicht darin. Versuch einfach nur normal zu leben. Nicht in deinem Kopf. Mach etwas Reales. Missy. Darauf sprechen die Menschen an. Auf die Realität. Noch ein bisschen lesen. Errungenschaft freigeschaltet. Du wisch. Der Wunsch. Ethan, Liebling. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so und ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Du bist mein kleiner Kumpel. Mein kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen. Okay. Notiz von Missyns Mutter. Hat er wohl nicht behalten. Hallo Hexe. Bist du noch da? Nö. Habe ich mich gerade erschrocken. Höh. Als das plötzlich auftauchte. Ich sag ja, man muss hier echt gucken. Hier kann überall was sein. Von welcher Seite bin ich jetzt überhaupt gekommen? Und wieder dieser prachtvolle Ausblick. Ich mach glaube ich nur so Sonnenuntergang-Tams für das Spiel. Und die Hexe der Mutter irgendwas gesagt über den Jungen. Was die Mutter weinen ließ. Traurig sein ließ und altern ließ. Oder? Nur was sie gesagt hat, das stand auch jetzt nicht in dem Brief. Wow. Von wo war ich jetzt gekommen? Der Baum sieht ganz anders aus. Nur der auch. Also die Bäume hier um das Hexenhäuschen herum. Die haben eine andere Farbe. Was zählt? Die Köpfe hängen hier gar nicht mehr, oder? Nee, hier hängen doch vorher noch so Geweihköpfe. Ich meine... Okay. Weiß noch jemand aus welcher Richtung ich kam? Wo ich lang wollte? Das sieht hier total anders aus gerade, oder? Hier hört wieder Musik. Da ist eine Hütte. Oder was ist das? Nee, hier ist ein Friedhof. Oh, wow, wow, wow. Friedhof. Mit geilem Ausblick. Ist doch ein schöner Friedhof, ne? Okay. Und das ist das? Untersuchen. Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Keine Blutspur. Opfer getötet, verwundet. Blutfleck. Ja. Oh. Krypten. Ruhe in Frieden, ich dachte das soll in deutsch werden. Hey, 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 wie geil. Das ist was Blöde, wenn man so Let's Plays macht, dann versucht man ja einerseits auch ein bisschen was zu erzählen, versucht nicht ganz so langsam durchzugehen, das ist dann immer ein bisschen schade beim Zocken jetzt so für mich so, da ich echt jetzt hier erstmal eine Ewigkeit wieder verbringen würde und alles genau angucken. Möchte, also man spielt ja so beim Let's Play ein bisschen anders als man normalerweise spielen würde. Man versucht ja so einen gewissen Unterhaltungsfaktor mit hineinzubringen, was mir vielleicht nicht ganz so gut gelingt, aber ich versuche es wenigstens. Boah, sieht das cool aus. Das ist dunkel. Noch mal einer mit Lichtern hier. Boah. Ich sehe überhaupt nichts. Boah, sieht cool aus. Was man sieht. Okay, war nicht so spektakulär. Ich dachte, da erfahren wir was Neues da drin. Das ist der Weg. So, wir wollten ja weiter hoch. Ist das jetzt der Weg, wo wir abgekommen sind von. Oh, die ganzen Texturen, ja. Kirchturm kann man jetzt auch nicht rein, ne. Krypten gehen wir gleich. Ich wollte mal eben hier. Hey, da ist doch ein Seitengang. Wo ist denn der? Ach, da. Ah. Uh, yo. Können Sie mal die Treppe hoch. Untersuchen. Eine Petroleumlampe ohne. Petroleum ohne Glas. Oder? Ich höre kein Petroleum. Das Glas liegt da unten noch. Ah, okay. Okay. Sie von da oben runtergefallen. Kann das sein? Oh. Äh. Es geht leider nicht hoch. Schade, schade, schade. Ne? Hm. Na gut. Im Moment haben wir glaube ich noch im Gepäck eine Handgranate und eine Petroleumlampe. Das Inventar. Oh, oh. Sorry. Das Inventar. Kann man gar nicht irgendwie hinzuschalten, ne. Dass man sich das mal genauer anguckt. Da habe ich noch nichts gefunden. So, dann gehen wir mal zu den Krypten. Krypten. Kryptas. Haben wir ja vielleicht eine Familie in Gruft. Ist da eine auf? Ist da eine auf? Ist da eine auf? Da ist eine auf. Sehr schön. Da gehen wir gleich rein. Oh, untersuchen. Verbrannte Streichhölzer. Ölkanne. Verschüttetes Öl. Runder Fleck. Öllampe. Öllampe. Cool. Und jetzt? Äh. Was soll das jetzt? Wir haben die jetzt da hingestellt. Wunderbar. Da fehlt wahrscheinlich mal irgendwas. Ist ein Feuerzeug oder so? Ah. Super. Da haben wir vielleicht nachher doch noch irgendwann Licht. Für abends. Sofern denn hier es einen Abend gibt. Hier haben wir auch 19 Uhr 5 oder 4. Wie am Bahnhof. Ne? Die gleiche Zeit. So schön. Oh, da ist auch was zu untersuchen. Wie störst du mich denn gerade? Ich will so ein Bild. Tamp. Mörtel. Kelle. Ziegelhaufen. Arbeit. Fallen gelassen. Unterbrochen. Schubkarren. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Man wollte anscheinend hier den Eingang zumauern. Jemand sollte nicht rein. Oder nicht raus. Okay. Untersuchen. Griff. 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 Krähe. 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 Ziehen. Krähe. 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 Ich brauche eine Krähe. Das ist eine Krähe. Das ist tatsächlich eine Krähe. Seht ihr das? Oder so ein kleiner Pieps. Mal sehen, weil es nicht so klein für eine Krähe. Aha. Weiter kann ich jeweils nicht. Stockfinster. Das heißt, wir brauchen diese blöde Öllampe. Eine Krähe. Die Musik macht ein bisschen schläfrig. Ich bin auch toten würde. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ich wollte... Ich kann die auch nicht mehr nehmen. Ich wollte eine Pause nach dem dritten Part machen. Aber ich habe jetzt doch noch den vierten Part gedreht. Aber ich finde das schon cool hier. Gibt es da noch höher? Da geht es noch höher. Dann gehen wir erstmal höher, weil ich sehe jetzt hier nichts. Jetzt gehen wir mal weiter des Weges. Zehn Minuten ungefähr haben wir ja noch. Nein, nein, ich sage jetzt nicht, dass es wunderschön ist. Nein, nein. Geil. Jetzt habe ich mich jetzt gleich wieder erschrecke. Ups. Was ist denn? Hier geht es ja gar nicht weiter. Ups. Ich dachte jetzt finden wir hier so richtig das geniale. So eine Ritualstätte oder so. Ich kann einfach hier so durchlaufen. Wutsch. Wutsch. Tja. Krähe. Irgendwas für die... Ölkanal? Weiß nicht. Ein bisschen flinker hier. Aber hier geht es ja schon wieder abwärts. Was die Toten zu sagen haben? Du wirst überrascht, wie wenig sie wissen. Die Toten können nicht erklären, was es heißt, tot zu sein. Sie gehen Treppen hinunter, die unter ihren Füßen verschwinden. Auf eine helle Lichtung von Erinnerungen, die sie nie erreichen. Jaja. Gut ging mir auch gerade durch den Kopf. Genau das gleiche habe ich eben gedacht. Der Wald ist echt cool. Abwärts. Rosa Flecken an der Wand. Das ist ja allerhand. Okay. Geht es abwärts. Da. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Nöp. Schade. Da ist was. Oh, betreten. Wollen wir das? Eigentlich habe ich dafür jetzt keine Zeit mehr. Also die Zeit ist ja quasi jetzt gleich wieder abgelaufen. Wir gehen mal kurz rein. Ich würde da nie reinkriechen. Bäh. Wird da alles rumkreucht und fleucht. gut. Hier brauchen wir keine Lampe. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ne, wir sind ja im Tunnel. Was sind wir hier? Ganz runter, oder? Das hat hier eine Grube, einen Tunnel. Bitte keine Zombies oder so. Nichts unheimliches jetzt. Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Irgendeine Holde Maid, die hier jetzt sitzt. Die mir einen Schokoriegel anbietet. Einen Kaffee. Oh, sowas. Das wäre nett. Oh, Fahrstuhl. Super. Ach du Scheiße. Boah, mich hoch die Nase. Nach unten. Äh. 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 Aber mit mir. Ja, ne? Bis der wieder kommt. Weiß nicht. Aber müssen wir jetzt erst hochrufen. Nach oben. Die haben die Schalter für nach unten und außen angebracht. Okay, es scheint tief zu sein. Ja. 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 Ähm. Ja. Ja. So, komm jetzt wieder hoch. Nach oben. Komm nach oben. Gut. Ich renne aber trotzdem mal eben jetzt dann ganz schnell zu der anderen Seite. weiter. Was war hier? Ach so, hier war einfach nur eine Wand. Okay. Und da waren wir gekommen. Wo ist die Wand? Der ging zum Fahrstuhl. Na gut. Bis her. So. Einmal hinein. Und jetzt? Äh. Ach. Ist auch hier ein Schalter drin. So, wo kommen wir aus? Ah. Ich überschreite wieder meine Zeit, die ich eingeplant habe. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo das Game speichert. Da ich jetzt eben den vierten Part in Folge, aber wirklich für heute den letzten Part in Folge spiele. Die X-Türme vom Gitter sind auch ein bisschen probelig gemacht. Kann ja nicht alles so geil sein. Wenigstens haben die ja in dem Laden noch Strom. Hoffentlich auch für die Fahrt nach oben. Alles dicht. Ja. Ich habe jetzt nicht ein Licht. Ein blaues Licht. Alles zu. Alles zu. Wir müssen zu dem blauen Licht. Musik setzt ein. Musik setzt ein. Ist nicht gut. Schienen. Was haben die hier geschürft? Gewuddelt. Äxte. Nein. Was hier hat geblubbert? Das ist noch ein Fahrstuhl, ne? Hier ist auch nichts. Untersuchen. Spitzhackenregal. Seher so. Leerer Platz. Das heißt eine fehlt. Spitzhacken. 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 Ist hier der Valentinstag Killer? Nach oben. Wo ist denn der Fahrstuhl? Ist der unter Wasser? Öh. Kommt da was? Kaputtes Schloss. Von außen. Opfer ertrunken. Postmortal. Vor dem Tod? Berühren. Alter. Um. Ja, ist nichts passiert. Da ist die Frau, ne? das wird ja nix wie lange soll ich das denn berühren und halten blöd dass ich auch wenn diese babbel hier erscheint die maus gar nicht bewegen kann also nix leute nix ich muss erst wieder das muss ich bei dem anderen doch auch was war das noch mal was finden man kann wahrscheinlich die geisterchen da wieder die komischen sperrmien die luft sperrmien und zeigen mir den weg ja irgendwie ja tuff tuff eisenbahn betreten betreten müssen wir nichts einschalten ok betreten vorzeug starten mit volldarm voraus ich hab keine ahnung warum weshalb wieso aber so man kann doch da steht einer super wir fahren kreis wir können achterbahn fahren also wir können die weichen ja umstellen der weg kann aus okay machen wir einfach mal ich will ja und wir müssen aussteigen lassen die spitzhacke haben wir von ok hier ist dunkel nach der fahren wir jetzt noch nicht hin wir bringen jetzt die spitzhacke zurück machen wir ich bin alt ich fahr So, einmal Spitzsacke bitte. Jetzt? Kommt jetzt hier was? Ah, strange aber... Jetzt nehmen wir jetzt wieder den Weg. Äh, wohin? Noch, ich weiß nicht. Einmal, zweimal, einmal, viermal. Hier steht einer mit der Hacke. Ein Fahrstuhl. Ja, da war ziemlich ein Buckel, ne? So ein Hänger. Die, mhm. Spitzsacke. Jetzt müssen wir das Puzzle wieder zusammensetzen. Chronologie rausfinden. Ähm. Dann nimmt er sich die Spitzsacke. Da sagt er Schüss. Dann macht er Buff. Das heißt doch... Wir versuchen es mal. Markieren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sonst war ja nichts, ne? Visualisieren. Schatz, es ist wahrscheinlich... Er ist wahrscheinlich davon gelaufen. Warum hätte er das Gefühl? Warum sollte er hier sein? Mist. War wahrscheinlich mal ein Raccoon. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist nur ein Kind. Er hat niemanden gestört. Er hat einfach ein Zimmer in einem alten Haus gebunden. Sonst nichts. Unser Junge ist der Preis. Ich werde nach oben fahren. Der Schläfer darf nicht schlafen. Wer kann nicht denn kommen? Es ist Zeit, dass der Schläfer erwacht. Missy. Hör dich mal selbst so. Nein, ich sehe alles so deutlich. Der Schläfer wohnt in mir. Du bist krank. Wir sind alle krank. Dale. Was tust du? Dale. Was tust du? Was ist? Ich... Ich bringe etwas in Ordnung. Dale. Du verdammter Feigling. Lass mich hier raus. Der Schläfer verlangt es. Der Schläfer muss erwachen. Der Schläfer muss erwachen. Der Schläfer muss... Men Summe und der Schläfer muss erw튼. Der Schläfer wird gutkt und erlasst ihre Glanz. Oh, jeder sollt mich an der Schläfer holen. Da war irgendwas zu tej. Aha! Ein kleines Licht. Mal sehen,emuig. Wo ist Mom? Ich habe ihn doch gesehen. Such noch. Du musst jetzt gehen. Los, hier entlang. Durch das Wasser? Das sieht so aus. Nein, nein. Das ist nur eine chemische Reaktion. Es kocht nicht wirklich. Mom, Mom, wo bist du? Ich kümmere mich um deinen Bruder. Geh einfach. Wuff. Da entlang ist der und gegangen. Er hat seine Frau nicht getötet. Sie war nicht mehr dieselbe, die sie immer war. Genauso wenig wie er. Er etwas bedient sich all dieses Schweren. Irgendwas wurde stärker. Boah. Ich kann so schnell nicht lesen. Tut mir leid. So. Das heißt, wir haben jetzt hier alles. Hier müssen wir nichts mehr berühren. Da haben wir es auch nicht mehr. Wir fahren jetzt also mit der Tuff Tuff. Nein, das machen wir jetzt gar nicht. Wir spielen viel zu lange. Das war es nämlich bis heute. Ha, ha, ha. Hat man noch einen netten kleinen Abschluss. Haben wir noch ein bisschen mehr erfahren von der Geschichte. Und von daher würde ich eben sagen, war es das mit Part 4. To the Mishing of Eason Carter. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und schaut vielleicht auch beim nächsten Mal wieder aus. Rein. Rein. Also, mir zu. Seid dabei. Ja. Ciao.